Willkommen zu meinem Let's Play Arborium 2020. Ich bin der mächtige Branko und präsentiere euch hier weiterhin mein schönes Let's Play. Ich habe ja angefangen, weil ich sagte, ich will mich langsam mal mit dem Ende des Spiels beschäftigen und da dachte ich mal, ich fange mal mit ein paar Bosten an. Ja, das hier war mein erster Versuch, hat ziemlich lange gedauert, kein Spaß, aber ich habe da ein paar Sachen rausgefunden über die Bosse, wie man sie am besten erlegen wird. Fischt ist einer dieser Bosse, den man überall ruft kann und wahrscheinlich kennt ihn auch jeder von euch. Ihr findet irgendwo dieses niederfarbige kleine Hyperraumunterbrechersymbol, klickt drauf und plötzlich schwebt da einfach ein Bossbalken über dem Bildschirm und dann spricht dieser verrückte Troll hier rum mit seinem Rückenschiff und belästigt euch. Was ihr über ihn wissen solltet, ist, wenn ihr ihn in einem frühen Anfangsspiel ruft, dann bekommt ihr ihn auch als Eisen-Titan schwaches Schiff und der Drop ist dann dementsprechend der Sektoren ausgerastet. In einem hochrangigen Bereich, wie jetzt hier 2-1 nahe des Zentrum, bekommt ihr auch das härteste und größte Schiff, was man hier zu finden bekommt. Nicht nur eins vermeint, sondern es ist einfach eines, was aus Ogonit und Avon besteht. Und er hat immer auch die gleiche, selbe Schwäche, eine Elektrowaffe. Meine Raumstation hat jetzt 4 Elektro-Blitzkanonen und sobald er einmal getroffen wird, läuft der blau und kann nicht weiterhüpfen. Und ist damit ein wunderbares Ziel gegen alles. Es ist egal, welche Art von Elektrowaffe, aber es muss auf jeden Fall vom Schadestyp Elektro sein, um ihn an der Stelle festzunageln. Habt ihr es gemacht, beschießt ihr ihn und ich glaube, das war eine meiner Rekordszeiten, in denen ich Fidget kaputt geschossen habe. Aber nicht nur sein Loot ist besonders, sondern bekommt auch ein richtig großes Schiff mit äußerst vielen Ressourcen. Das hier könnten so locker 200-300.000 Ogonit-Avorion-Mischungen drin sein, also immer schön die Abwrackflotte bereithalten oder den Abwrack-Laser zücken. Weshalb ich den Boss auch hier favorisiert zu rufen, ist einfach nur sein Drop. Nicht nur legendäre Waffen wie das hier, ein Laser, der einfach Schilde ignoriert. Das ist mal wirklich eine harte Waffe und auch hier die normalen, die sind auch ziemlich gut. Aber es gibt auch eine andere Sache, und zwar gibt es da häufig auch den Bergbau oder den Abwrack-Laser, der richtig cool ist. Moment, wo war der? Da haben wir unten noch bekommen. Ein paar Auslösen-Mods, auch ganz gut. Das ist eine von den Kanonen, die habe ich aus den Folgen bekommen, aber ich suche diese besonderen Laser. Na, wo waren die hier? Plasma-Kanone. 7,9 Millionen, also das Ding ist auch nicht zu verachten, bei einer Größe von 4 nur. Aber gut, wenn man Plasma-Waffen nicht spezialisiert hat, dann braucht man sie auch nicht. Äh, was haben wir hier? Noch ein Geschütz, das gut ist. Ruinierer, okay. Vega-Railgun. Ja gut, das ist eine Waffe, die findet ihr in The Rift überall. Mal als Drop bei Bossen. Aber, das war es eigentlich auch schon soweit. Also, ah schade, ich habe jetzt gesagt, ich würde hier noch einen wunderbaren, äh, besseren Abwrack-Laser bekommen, weil ich habe jetzt hier zweimal einen richtig guten Bergbau-Laser bekommen. Schauen wir mal hier rein. Ich habe den nämlich hier ausgerüstet. Da ist er. Schaut euch euch an. 35 Millionen kostet der. Warum? Ist ein Abwrack-Laser, der zwar nur 412 DPS macht, kann aber eigentlich ist das ein Bergbau-Laser, der auf Schrotz erlegen kann. Das ist eine geile Sache. Auf jeden Fall sehr brauchbar. Und ich glaube, das andere Schiff hier, das hat den Laser hier. 1,8 Millionen nur, kürzere Reichweite als bei den jetzigen, aber trotzdem hier. Ortlich schaden und kann sogar schildern. Wenn ich mich da jetzt nicht verguckt habe. Äh, die anderen beiden Schiffe haben, soweit ich weiß, noch nichts. Dafür sammle ich nämlich jetzt die Fidget-Tokens. Es ist witzig, dass einige Leute immer noch nicht wissen, dass es hier noch ein paar Bosse gibt, die man noch im Geheimen finden kann. So als zusätzliche Herausforderung oder als Bonus. Was ihr dafür braucht, ist nur den Eingang innerhalb der Barriere. Sobald ihr drin seid, könnt ihr euch mal hier umschauen. Und zwar unter der Kategorie Sonstiges. Im Gegenteil-Ausrüst-Dock, wo ihr einkaufen könnt. Ihr braucht aber auch eine gute Reputation zu den Jungs, um das einkaufen zu können. Manchmal taucht es dann hier unter Sonstiges auf. Liederfarbiges Symbol, nicht zu übersehen, wenn es da ist. Genau wie das Zutane-Artefakt, was der mobile Händler dabei hat. Aber wenn ihr es nicht habt und ihr wollt es unbedingt haben, dann kauft euch dieses Token, um ein Schiff der Handelsgilde zu rufen. Den mobilen Händler könnt ihr natürlich auch zufällig innerhalb der Barriere treffen. Aber falls ihr nicht das Glück habt, könnt ihr ihn immer herbeirufen. Und der hat dann garantiert nicht nur das Zutane-Artefakt dabei, falls ihr es noch einmal bräuchtet. Sondern ihr könnt auch direkt diese beiden Module dort vorfinden. So könnt ihr beispielsweise Fidget nochmal herausfordern. Oder auch dann den großen Bruder. Ja, der heißt wirklich so. Der große Bruder von der KI. Und jetzt müsst ihr noch gleich die Karte aufmachen und dann dorthin fliegen, wo der große Bruder sporkommt. Da habt ihr nicht keinen Einfluss drauf. Wir befinden uns im nordöstlichen Bereich innerhalb der Barriere. Da habe ich meine Station stehen. Und... Ja, dann aktivieren wir mal das Modul. Das ist das Wichtigste. So, habt ihr es einmal aktiviert. Dann erscheint nämlich jetzt der Boss. Was ihr über den Boss wissen müsst. Er wird gerne mit einem roten Todkopf gezeichnet. Das ist aber kein Problem. Das ist nur, damit ihr ihn besser findet. Und... Die Reise dahinter wird kein Problem werden. Sobald ihr das Gebiet allerdings verlasst, ist auch der Boss weg. Dann müsst ihr ihn nochmal neu beschweren. Mit diesem Modul. Also... Breit euch vor, dass ihr ihn auch besiegen könnt. Ob dieser Regner der gemeinste oder der schwerste ist, kann ich schlecht bezeichnen. Ich weiß nur, er kann sehr gefährlich sein, wenn ihr keine Point-Defense-Waffe habt. Und wenn ihr keine habt, dann... Macht nicht zu schnell. Wir würden nämlich hier ein paar sehen. Hier... Ich kann es nochmal die Schilde runter. Da zieht aber auch mein Waffen. Die sind einfach nur sehr, sehr stark. Die KI selber hat eine Kombination aus langen Reichweiten-Flags. Wie ihr sehen könnt, 10 Kilometer Reichweite. Und die Flags... Schreibt leider Platz bei meiner Hauswand. Dazu halt viele Plasma-Kanonen und Railguns. Und jetzt kommt der richtig große, brutale Spaß. Es tut mir leid, dass es gerade am Ruckeln ist. Das ist leider eine Sache bei dieser KI, wenn man so viel Schaden auf einmal bei ihr verursacht. Oh je, oh je, oh je. Ja, also was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe sehr viel Schaden verursacht. Und jeder Funktionsblock, der bei der KI zerstört wird, erzeugt automatisch ein Torpedo. Der hat nämlich sehr viele Schild-ignorierende Torpedos, aber macht auch physischen Schaden. Und... Alter Schwede, hat das weh getan. Ja, hat mir mal einfach docker 15% meiner Hülle weggeschossen. Und jetzt heißt es langsam und beruhig zum Vorgehen und nicht einfach mit der Schrotwitte reinballern. Auch wenn es sich gerade unglaublich anbieten würde, da jetzt einfach reinzufliegen zu können oder was auch immer man. Wer dann eine verrückte Sache machen möchte. Ich spüre mal ein bisschen vor, um näher heranzufliegen. Ich werde ein bisschen langsam machen, damit ich jetzt nicht alle auf einmal zerstöre. Weil dann wird die Torpedo-Schilde einfach zu stark werden. Aber so geht es. Die Plasma-Kanonen der KI sind jetzt gegen meine Schilde nicht besonders effektiv. Also eigentlich schon, aber... Ihr wisst halt, bei 22 Millionen Schilden ist eigentlich so, Schaden von 1.000 nicht wirklich ein Dach, die man ins Gewicht nehmen kann. Die Torpedos hingegen sind wiederum eine andere Hausnummer. Jeder Treffer kann, wenn es ein Ion-Treffer ist, dann auch mein Schild kollabieren lassen. Zum Beispiel jetzt. Jetzt habe ich noch Probleme, dass in der Zeit meine Schilde komplett ignoriert werden. Jeder Treffer kann meine Hülle direkt einstecken. Aber auch hier Integritätsfeld und schwere Panzerung und ihr seid safe. Von den bisherigen Bossen ist der große Bruder einer der gefährlichen, weil gerade die Torpedo-Schilde von ihm wirklich viel Schaden machen kann, wenn man sich nicht darauf vorbereitet oder zu impulsiv oder zerstörerisch ist. Aber am Ende habt ihr sie besiegt, kommt ein kleines Achievement und viel Spaß beim Sammeln des Loots. Dann wollen wir mal sehen, was wir so an Kriegsbeute einkassiert haben. Da oben haben wir schon mal ein paar Läger Waffen. Ja, Level 38, nicht besonders, aber eigentlich ist es für den Schaden ziemlich gut. Und wenn ihr mal ein paar Spiele habt, die etwas weiter hinten hängen, könnt ihr denen ein paar schöne Waffen schenken. Ich meine, die Trinienwaffe auf dem Level, das ist schon wirklich verdammt brutal. Dann haben wir auch hier ein paar gute 38er Waffen, aber für unseren jetzigen Level ist das eher Müll. Ah, da habe ich auch noch ein paar Sachen übersehen, die ich noch von Fidget bekommen habe, aber die kann ich auch in den Müll schmeißen. Ich habe ja schon gute Waffen. Dann gehen wir zum nächsten Boss. Der nächste Boss, den ich euch präsentieren möchte, ist Versuchsobjekt 8055. Die Zahl kann man wie eine Schrift lesen, da kriegt man den Namen Boss raus. Aber um ihn zu finden, den könnt ihr eigentlich auch, wenn ihr sehr viel Glück oder Pech habt, sogar im Eisenbereich wirklich schnell finden. Was ihr machen müsst, ist einfach eins dieser Segmente hier finden. Sehr auffällig sind diese Steinformationen und ihr müsst dem Zentrum euch so ungefähr auf 0,2 Kilometer nähern. Da könnt ihr nämlich mit dem interagieren. Ich habe den Sektor einfach mal hier mit ein paar Schraubenschlüssel markiert und jetzt suchen wir die nächste Sektor. Wenn ihr nämlich die Sektoren anfunkt, dann kriegt ihr eine Koordinate, 158, 101, ist jetzt die jetzige, die ich anfliege. Und dann schauen wir mal, ob wir ihn da finden. Nicht jeder dieser Asteroiden bietet euch eine neue Koordinate, wo ihr hinfliegen sollt. Meistet ihr dann auch dieselbe Koordinate, wo ihr herkommt oder einfach nur eine kleine Information zu dem Boss. Aber im Grunde könnt ihr immer wieder diese Sektoren anfliegen. Habt ihr mehrere dieser Positionen gefunden, könnt ihr jede halbe Stunde die einfach mal abfliegen. Und mit etwas Glück verhält ihr da nochmal das Versuchsobjekt 8055 und könnt gegen ihn euch messen. Ein schöner Funfact, den ihr wissen solltet zu diesem Boss ist, er ist immer eine Materialstufe über euch. Also jetzt hier im Trin- und Zahnbereich wird er wahrscheinlich aus Ogonitz sein. Also freut euch auf einen harten Kampf. Und wir haben Glück. Im dritten Sektor, den wir verlinkt haben, haben wir ihn vorgefunden. Versuchsobjekt 8055. Er gehört zur Gruppe Paria, übersetzt so viel wie Verstoßene. Also er hat echt keine Freunde und will auch keine haben. Was ihn natürlich ausmacht, ist einmal sein großes Schiff. Es ist ein Zahn- und Ogonit-Schiff. Selbst wenn es kein Faction-Pack ist, wie in meinem Fall, werdet ihr ein großes Schiff haben, was aus Ogonit besteht. Also es ist die einzige Chance, um Ogonit rauszukommen, wenn ihr außerhalb der Barriere seid. Ansonsten. Sehr auffällig ist natürlich die Energiestrahlen, die zu jeweils ein dieser Astroiden führt. Und das ist dann auch schon der Hinweis, wo seine Macht ist. Weil sobald ihr auf den Gegner schießt, wird er einfach nur seine Schüsse angezeigt, dass er unverwundbar ist. Daher ist es auch unsinnig aufwürdig zu schießen. Auch Torpedos, die Schilde ignorieren oder auch Waffe für die Pulskanonen, machen ihm keinen Schaden. Also ihr müsst zuerst diese dicken, großen Astroiden beschießen. Seinen eigenen Beschuss aus Kanonen und Railguns ausweichen. Und sobald der Astroid weg ist, könnt ihr euch dann den nächsten schnappen. Aber wisst ihr was? Ich werde mal an der Stelle ein bisschen vorspulen, weil das kann ein bisschen dauern. Insgesamt habe ich da, glaube ich, jetzt gefühlte zwei, drei Minuten drauf geschossen, bis er weg war. Und voller Freude werde ich mich jetzt dem zweiten von den vier Astroiden widmen. Und nachdem auch der letzte Astroid geplatzt ist, hat Versuchsobjekt 8055 keine Schilde. Und ihr könnt ihn euch jetzt holen. Und das macht richtig Laune. Er schießt weiter mit Kanonen, ab und zu hat er auch Railguns. Er hat auch Point-Defense-Waffen, dass Torpedos nicht so effizient sind bei ihm. Aber egal, was er hat, gegen eure normale Feuerkraft wird er nicht sehr viel entgegenbieten können. Das ist ja schon ideal. Er hat schon über eineinhalb Millionen Höhlenpunkte. Und trotzdem ist er weg. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe einen Scanner auf legendär bekommen. Da vorne ist noch ein legendäres Loot und ein exotisches. Oh, ein legendärer Schild. Das ist auch noch super. Und ein exotischer Schild. Also, ja, ich sehe nicht so, dass ich praktisch sehr viele aus dem Gegenstand noch brauche. Aber ich nehme gerne alles geschenkt, was ich noch finden kann. Ja, die Waffentechnischen... Na, das hat sich auch gut gelohnt. Schade, dass es nur so ein geringer Level ist. Aber den kann ich ja für meinen Madbuster benutzen, wenn ich noch das eine oder andere Energiegeneratorsystem benötige. Okay, dann können wir uns ja auf den nächsten Boss konzentrieren. Kleiner Spoiler an der Stelle. Versuchsobjekt 8055 hat einen großen Bruder. Drei erledigt. Drei und ein Super-Secret-Easter-Eck-Boss sind noch über. Ja, ähm... Die weiteren Erfolge hier rauszubekommen, müsste ich jetzt mal die Mitte stürmen. Und das ist auch das Ziel, was ich mir jetzt vornehmen werde. Es geht jetzt richtig ins Endgame rüber. Und zwar nach 0-0. Der Wächter. Hoho, seid ihr auch richtig aufgeregt? Und ich freue mich auch schon, ihn ordentlich mit meinen übergroßen Super-Waffen auseinanderzunehmen. Das wird echt funny. Also, ich muss sagen, ich ist schon eine lange Zeit her, dass ich gegen den Zotaner Wurm noch weitergekämpft habe. Und ich merke gerade, dass ich wahrscheinlich schon ein bisschen OP bin gegenüber ihm. Das hat gerade mal angefangen. Ich habe ihm schon ein Viertel der Schulter runtergeschossen, während er noch seine Flotte herbeiruft. Nein, sogar die Hälfte habe ich runtergeschossen, während er noch seine Flotte herbeiruft. Ey, Leute, ich... Ich glaube zwar nicht, aber mal sehen, ob ich dann schon in der ersten Runde ihm die Schill wegschieße. Komm, noch ein bisschen. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Oh, Junge, ich schaffe es. Ja, die Schillen sind weg. Okay, das war überraschend gut. Ach, hey, geht jetzt die Framedrahte runter. Was ist denn jetzt los? Oh, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Das ist ein seltener Zotaner-Boss aus sehr vielen Blöcken. Oh Gott, nee. Ja, also ich mache gerade sehr viel Schaden an dem Zotaner und die Berechnung und den Schaden, das frisst gerade sehr viel Perfonanz. Wahrscheinlich auch, dass der jetzt gerade 30, 40 Schiffe reinspringen gefühlt. Daher tut mir leid, wenn ich gerade mit so einer langsamen Framerate spiele, aber das sollte kein Problem für mich werden. Ich habe ja noch genug Schill, ich habe noch meine Hülle vollständig. Und der Wurmlauchwächter blutet. Er blutet weiter. Da platzen sogar schon Schiffe, die ich gar nicht wirklich auf Zielfokus habe. Ja, also das ist der Vorteil, wenn ihr wirklich richtig starke Waffe habt. Also eben besseren Winkel einrichten, damit wir über das Schiff hinaus gucken können. Der hat noch 5 Millionen Hülle, also der hat mit 15 Millionen Hülle angefangen und ich weiß, wie viele Schilde der hatte. Ich vermute, er war auch so bei 10 Millionen gewesen. Aber das sollte auch ein schnelles Begräbnis für ihn werden. Also ich weiß auf jeden Fall immer, am Ende des Spiels, wenn der Wurmlauchwächter Platz ist, ist das wie eine Piñata. Und da gibt es auch nochmal Frame-Einbußen, weil dann der ganze Bildschirm voller Blips ist an Loot, den ihr einfach einstecken wollt. Besonders schlimm ist, wenn der mal auf einem Multiplayer-Server mit 6 Leuten spielt, weil dann für jeden eine Kiste Loot bauert. Und da ist sie. Wow! Was ist denn das denn? Ich glaube, der hat ihn einfach in hunderte von Einzelteilen zerschossen. Oh Mann, das... Also das habe ich noch nie gehabt, dass das so am Ruckeln ist. Das ist jetzt einfach wahrscheinlich wohl dieser Vorführeffekt. Ich habe noch dazu einen guten PC, also das geht eigentlich schon besser. Na gut. Werden wir im Autofokus einfach mal noch die ganzen Gegner platt machen. Und dann holen wir unsere Abfallplatte und werden das große Ding hier auseinander nehmen. Ich habe den Grund für die Frame-Einbußen während des Kampfes herausgefunden. Der Zutatnerwächter wurde in mehrere hunderte von kleinen einzelnen Objekten zerlegt. Also wie ihr könnt es genau gut sehen, viele der einzelnen Blöcke sind nicht mehr am Schilf, sondern wirklich Einzelteile. Was natürlich cool ist, wenn wir da reinfliegen und dann alles durch die Gegend gewirbelt wird. Aber ich muss auch dazu sagen, meine vier Abfragträger, die hier gerade mit 240 Drohnen alles auseinander nehmen, sind auch gerade kein Zuckerstecken für meinen PC. Aber egal. Es wird langsam ruhiger, es wird mal weniger Blöcke und so langsam kriegt mein PC auch alles in den Griff. Und jetzt kann ich im Genuss zuschauen, wie der Schwarm einfach das ganze Schiff langsam aufeinander nimmt und recycelt. Und die Somtach. Ich habe rum mit keiner Klümpfs vor 20 Jahren gespielt als Neuber. Ich habe es geliebt. Und ich habe es nur für das Nachbauen einmal nochmal installiert. Ich liebe dieses Bügeleisenfarbige Design. Super. Okay, dann werden wir noch den Sektor aufräumen und uns für den nächsten Kampf vorbereiten. Und das ist das letzte Brack. Ja. Ich habe den kompletten Sektor aufgeräumt. Alles ist weg. Und jetzt gehen die Schwärme zurück wieder nach Hause. Und jetzt heißt es warten auf die große Invasion. Das wird spannend. Also ich fühle mich so ein bisschen wie eine Putzfrau. Da habe ich gerade frisch reinlegt und habe den Sektor leer gecleared. Und da kommt dann die Zotaninvasion hier reingesprungen und meint hier auf die Koronis machen zu müssen. Macht aber nichts. Ich schicke erstmal meine Jungs aus dem Sektor raus. Ist schon alles eingepackt. Und jetzt heißt es Zotanerstätsel. Hier ist eigentlich alles dabei. Von klein, wendig bis groß und schwer. Das Gefährliche an den Zotaner ist halt, die sind auch immer an den Sektorlevel angepasst. Und da ich nur 0 bin, heißt das, die haben die maximale besten Waffen, die man kriegen kann. Und einige von denen wahrscheinlich wohl zwischen 80.000 bis 200.000 Omikron. Wenn man alle ihre Waffen zusammen zählt. Also die Flotte kann mir wahrscheinlich wehtun, wenn ich Pech habe. Aber es wird ein interessanter Kampf werden. Oh, da kommt der erste Zotaner-Gesandte. Okay, das ist neu. Das kannte ich noch von früher gar nicht. Scheint wohl ein kleiner Vor-Mini-Boss zu sein. Wo ist der? Da ist er. Ja, und da kriegt er eins auf den Deckel. Ne, das ist ein Zotaner-Zerstörer. Da willst du dich langsam mal abhauen hier. Dankeschön. Sorry, das kann ich nur weiterkämpfen. Okay, wo waren wir gestiegen geblieben? Ich wollte den Zotaner-Gesandten zerstören. Ich weiß auch nicht, ob der besondere Gut bei sich bringt. Aber er hat einen eigenen Energiebalken. Das heißt, es war hier ein VIP. Und als VIP kriegt er eine besondere Behandlung. Und zwar die volle Breitseite meiner Geschütze. Ich muss nur noch rausfinden, wo er steht. Also jetzt mal jetzt einfach wirklich nur einmal drauf schießen. Und direkt das nächste Ziel rauswählen. Und drauf schießen, was das Zeug hält. Da platzt. Und noch einer. Ah, da vorne das Großziel. Das sieht doch mal nach einem Boss aus. Oh ja, genau. Das ist der Boss. Und weg ist er. Oh, da kommt direkt der nächste. Quantum-Zone-Zotan-Kriegsschiff. Was ist hier der größte, den ich aus dem Maul hauen kann? Das ist immer so. Sucht euch den größten raus. Haut ihr aus dem Maul. Und die anderen sind eingeknickt. Da ist er. Und am unteren Bildschirmrand. Vor mir. Rechts. Gas geben und drauf halten. Und der hat noch nicht mal Schilde. Das wird... Okay, den hätte ich auch ohne Karte gefunden. Hat der viele Wimpel an seinem Schiff gehabt. Aber guckt euch mal meine Schilder an. Die... Masse an Schiffen, die hier auf mich reinballen, ist ordentlich. Also die machen mir ziemlich üblen Schaden. Aua. Aua. Das ist mein Schild im Regenerationssystem. 35% bei den Schildern sind wieder da. Aber so schnell wie die 100% gefallen sind, glaube ich werde diese 35% auch nicht so lange halten. Also ich muss ein bisschen Abstand halten und mich nicht von den Gegnern... Ja, umzingeln lassen. Oh, das wird echt knapp werden. Gerade mal zwei Minuten später. Meine Schilde sind weg. Und der nächste Boss steht vor der Tür. Zutana-Bespörer. Ich vermute mal, das ist das große Schiff da vor mir. Dann werden wir das mal anvisieren und draufhalten. So, anvisiert ist es. Eingerast und jetzt schießt ihr, was das Zeug drauf hält. Oh, das war wohl ein Funktionsblock, der wichtig war. Und weg ist er. Gut, jetzt halten wir wieder Distanz. Und hoffen, dass jetzt langsam mal der Boss kommt. Und da ist er ja. Zutana-Invasionswächter. Der hatte früher einen anderen Namen, der hieß glaube ich nur Prototyp-Wächter. Oder Wobloch-Wächter. Aber egal. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Waffen hier unglaublich zerstörerisch sind. Und... Ja, die Schild sind schon mal gleich weg. Der hatte wohl um die eine Million Hitpoints. An Hülle hat er zwei Millionen. Okay, das wird noch ein bisschen länger dauern. Aber es geht. Aber ich muss auf jeden Fall etwas mehr Abstand halten. Sonst nimmt er mich hier auseinander. Das ist nicht gut. Da kommt noch mehr Raketen. Raketen und Kanonen. Weg ist er. Okay, das hat Spaß gemacht. Und es gab einen weiteren Erfolg, wie ihr sehen könnt. Okay, also ich werde an der Stelle erstmal das Video beenden. Ich werde auch hier weiter aufräumen. Mein Reinigungsdienst kennt ihr ja schon. Das wird sehr viel rausbringen. Ich werde euch dann erzählen, was ich dann als Belohnung alles bekommen werde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und noch viel, viel mehr weiter. Bleibt gesund. Bis da natürlich. Bis da. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.